Das ist Lena. Lena ist gerade auf einer chirurgischen Station eingesetzt und betreut Frau Meier. Frau Meier ist aufgrund einer Hüftfraktur in ihrer Bewegung eingeschränkt und benötigt Unterstützung bei der Positionierung und Mobilisation. Lena weiß, dass gesunde Menschen im Liegen automatisch eine Position einnehmen, die für sie angenehm ist. Menschen im Krankenhaus sind dagegen häufig durch ihre Erkrankung in ihre Mobilität eingeschränkt. Auch therapeutische Maßnahmen wie eine Drainage oder ein Verband können die Bewegung einschränken. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie sich in eine Zwangs- oder Schonhaltung begeben, die mit zahlreichen Risiken verbunden ist. So steigt durch eine Zwangs- oder Schonhaltung zum Beispiel das Thrombose-, Pneumonie- oder Dekubitusrisiko. Auch die Körperwahrnehmung kann beeinflusst werden. Spezielle Positionierungen können zum Beispiel das Einschlafen fördern und beruhigen, die Atmung und den Kreislauf unterstützen und die Wahrnehmung fördern. Zudem dient ein regelmäßiger Positionswechsel und regelmäßige Mobilisation fast allen Prophylaxen. Bei einigen Erkrankungen sind zudem therapeutische Positionierungen wichtig. Eine Positionierung mit erhöhtem Oberkörper beispielsweise entlastet das Herz bei einer Herzinsuffizienz. Bei einer Fraktur ist oftmals eine Ruhigstellung einer Extremität notwendig. Und eine 30 Grad Oberkörperhochlage ist bei Menschen mit erhöhtem Hirndruck indiziert. Frau Meier hat gestern ein künstliches Hüftgelenk erhalten. Daher wird ihr Lena heute wichtige Verhaltensweisen in Bezug auf die richtige Positionierung und Bewegungen zeigen. Der Eine Künstler树 Personierungen an den Künstler gemeinsam an, die Schöfe von einer Künstlerkamente verwertet wurde aber mehr zudemanor verhaltensweisen in Bezug auf die縣unden. Eben und Künstler gering von Dr. in Perrümmen skal die K Beatles. Schöfe von einer Künstlerk inexper施 Solid allerdings verhalten. Vielen Dank.